Das Gesicht das Gesicht Sie hat ein freundliches Gesicht. das Auge Sie hat grüne Augen. die Nase Die Nase ist zum Riechen da. das Ohr Die Ohren sind zum Hören da. der Mund Der Mund ist zum Essen und zum Sprechen da. die Wange Wenn ihr kalt ist, bekommt sie rote Wangen. das Profil So sieht das Gesicht im Profil aus. die Stirn Hier oben ist die Stirn. das Kinn Hier unten ist das Kinn. der Hals Das ist der Hals. der Nacken Oh je, mir tut der Nacken weh. der Rücken Manchmal hat er Rückenschmerzen. die Lippen Ihre Lippen sind rosa. der Zahn Wenn er lacht, sieht man seine Zähne. die Zunge Sie streckt die Zunge heraus. das Augenlid Das Augenlid Wenn wir schlafen, sind unsere Augenlider beschlossen. die Augenbraue Sie zupft ihre Augenbrauen. die Wimper Die Wimpern schützen die Augen vor Staub. die Pupille Der kleine schwarze Punkt im Auge heißt Pupille. die Iris Die Iris Die Iris ist grün. Ihre Augen sind grün. die Haut Ich habe helle Haut und du hast dunkle Haut. die Sommersprosse Die Sommersprosse Er hat ganz viele Sommersprossen. die Sommersprosse Das Muttermal Er hat ein Muttermal am Kinn. der Pickel Der Pickel Sie hat viele Pickel. Oh je! die Narbe Die Narbe Sie hat eine Narbe. der Kopf Meine Marionette hat einen runden Kopf. die Haare Sie hat grüne Haare. der Körper Sie hat einen blauen Körper. der Bauch Sie hat einen dicken Bauch. der Bauchnabel Das ist der Bauchnabel. der Arm Der Arm Sie hat zwei Arme. die Hand Sie hat zwei Hände. das Bein Sie hat zwei Beine. der Fuß Meine Marionette hat zwei Füße. das Knie Thomas hat ein Pflaster am Knie. die Schulter Sie hat schöne Schultern. der Ellbogen Der Ellbogen Am Ellbogen wird der Arm gebeugt oder gestreckt. der Finger Wir haben fünf Finger an jeder Hand. Der Daumen Daumen hoch bedeutet gut, Daumen runter bedeutet schlecht. Der Zeigefinger Nur wer selbst perfekt ist, darf mit dem Zeigefinger auf andere zeigen. der Mittelfinger Jemandem den Mittelfinger zu zeigen, ist sehr unhöflich. Der Ringfinger Der Ringfinger Am Ringfinger trägt man seinen Ehering. Der kleine Finger Der kleine Finger Sie hat einen Verband am kleinen Finger. Der Fingernagel Ich habe mir die Fingernägel lackiert. Die Ferse Aua! Ich habe eine Blase an der Ferse. Der Knöchel Ich habe mir den Knöchel verstaucht. Die Fußsohle Die Fußsohle Ich bin kitzelig an den Fußsohlen. Der Zeh Ich habe zehn Zehen. Der große Zeh Der große Zeh Autsch! Ich habe mir den großen Zeh gestoßen. Das Organ Kennst du die menschlichen Organe? Das Herz Wenn ich renne, schlägt mein Herz ganz schnell. Die Lunge Die Lunge braucht man zum Atmen. Die Niere Weißt du, wozu die Nieren da sind? Die Leber Die Leber schützt den Körper vor giftigen Stoffen. Die Speiseröhre Die Speiseröhre Das Essen kommt durch die Speiseröhre in den Magen. Der Magen Oh je, ich habe Magenschmerzen! Der Darm Der Darm Im Darm wird das Essen verdaut. Die Blase Wenn meine Blase voll ist, muss ich zur Toilette. Das Gehirn Das Gehirn Das Gehirn sollte man zum Denken benutzen. Der Schädel Der Schädel schützt das Gehirn. Der Knochen Der Knochen Menschen haben über 200 Knochen. Das Skelett Das ist ein menschliches Skelett. Junge Der Knochen Der Muskel